Wo ist denn die Marmelade? Hm, weiß ich nicht. Sam, ich muss einen Vorfahren aus dem 18. Jahrhundert treffen. Kannst du ihn bitte herholen? Kannst du dir vielleicht was Lustigeres wünschen, wie das Haus in einen Vergnügungspark zu verwandeln? Zum Beispiel. Stell dir vor, du könntest meinen Ur-Ur-Ur-Urgroßvater treffen. Ähm, ja, cool. Oh Mann, wo ist nur diese Marmelade hin? Bei den weißenden Wänden von Kap Horn. Wer hat mich in den kalten Frachtraum gesperrt? Willkommen zu Hause, Käpt'n. So, so, dann bist du verantwortlich für diese Meuterei. Haha! Du, magst es mich anzugreifen? Jetzt bist du wohl nicht mehr so mutig, hä? Macht doch nicht so einen Lärm, Kinder. Dankeschön. Ich krieg euch. Na, warte, ihr Rotzlöffel, kommt her! Kommt schnell rein! Timmy, schick ihn zurück ins 18. Jahrhundert! Aber ich kann nur einen Wunsch pro Tag erfüllen. Schon vergessen! Wir haben Mittagsruhe, Kinder. Ruhe! Oh! Huh? Oh! Ah! Lust auf mein Eis? Ah! Oh, ist das kalt! Oh, mein Auge! Sandelfericher und Kinder zuerst! Keine Bewegung! Noch einen Schritt weiter und ich schieße mit meiner, ähm, äh, Muskete. Und ich schleudere meine Ninja-Axt, die noch nie ihr Ziel verfehlt hat. Bei den Schnurrhaaren des großen Seelöwen. Wer zum Geier seid ihr? Wir sind deine Ur-Ur-Ur-Ähm... Deine Familie! Und zwar acht Generationen weiter. Wir gehören ganz sicher zur selben Familie. Euer Onkel sieht so aus wie ich, nur nicht so gut. Ich hab dich für mein Referat ins 21. Jahrhundert kommen lassen. Hey, mein Freund, immer schön langsam mit den jungen Seepferdchen. Ich hab schon seit 300 Jahren nichts mehr gegessen. Deep Sammy Show, die neue Serie. Montag bis Freitag, 14.50 Uhr im Disney Channel. Invagin! Wohl! 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 Untertitelung des ZDF, 2020